Projekte für den Studenten, für die Universität, letztendlich auch für die Hochschulen. Also bevor ich darauf antworte, will ich die Gelegenheit noch mal den Namen der Hochschulleitenden ein richtiges Dankeschön an die Studierenden überbringen, die dieses riesige Event hier organisiert haben. Also eine Hochschule, für die solche Studenten, lass dann so schlecht nicht sein.